5, 4 5, 4 5, 4 5, 5 5, 6 6 7 8 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 19 20 21 21 22 25 23 25 25 25 25 Martin und Oliver leider ausgefallen wunderschönen Nach drei Minuten 20 Fahrzeug führt weiterhin der Oliver Scholz vor dem Hubert, Markus, Christopher, Luca und dem Tim. Untertitelung des ZDF, 2021 Flüssig Noch 2,5 Minuten Restfahrtzeit, es führt der Oliver mit einem Abstand von 5,7 Sekunden zum Hubert, gefolgt von Markus mit einem Abstand von 0,634, den Christopher, den Luca und den Tim. Der Abstand zwischen dem zweiten, dem Hubert und dem dritten, dem Markus, lag nun beim Backbären der Schleife bei 0,55 Sekunden. Nun auf Platz 2 der Chrissy, gefolgt von Hubert, Markus, Luca und dem Tim. Werterl. Jetzt geht die Schleife. Dann muss man abhängen, der bei der Schleife. Was behandelt das? Dann muss man abhängen. Er hat die Schleife. Ich hätte nicht geboren, weil er es uns am Schnitzel trinken soll. Danach muss man beobachten und für den stillen Wind um die Schleife. Das arsionale Trottkort drücken zur Strecke, hier laufen die letzten Sekunden. Alle Fahrer fertig, verwundert ihn auch der Oliver von Christopher, Hubert, Markus, Luca, Tim.